So, genug gewartet. Alchemie? Könne ich da irgendwas machen? Gifte. Ich kann aber auch Ausdauer wiederherstellen. Was wollte ich außer Zutaten? Was benötigt ihr, meint Hane? Bis zum nächsten Mal. Alle aus dem Weg, ey. Ihr Penner. Ich reg mich gerade ein bisschen auf. Weil diese scheiß Hülle... Wo kommt der Baum eigentlich her? Weil diese scheiß Hülle mich total annervt. Oder angenervt hat. So, bloß nicht wieder alles einpacken. Wie letztes Mal. Ich will diesen Gegenstand nicht ausrasten, du Wichser. Ey, woanders ist es mit Klick. Und hier ist es mit anders. Scheiß Rohr und Trommel, ey. Da hab ich auch schon 50.000 Mal drin. Meine Fresse, schon viele Seelensteine. Aber es muss nicht sein. Ich weiß es nicht mehr, aber dann aber auch will das machen. Und hier ist es mit Klick. Und hier ist er mir jetzt unterschritt. Und hier ist die Lange. Ich habe noch Waffen übrig. So, das ist auch noch ein Gewicht jetzt. Wesentlich besser. So, jetzt können wir weiter gucken. Ich wollte die Hauptquests, glaube ich, machen, weil... Ich weiß nicht. Motral. Ich glaube, Motral wird man... Ja, ich will die Hauptquests machen. Also ich gehe jetzt wieder dort zur Dunkelfeste. Springe hier einfach vor den Eingang, dann kann ich da weiterlaufen. So, und jetzt haben wir wieder Gewicht. Oh, f*** doch die Hände und nennen sie Bertra. Schießt denn der hin? Vor allem, wie fliegt der? Der fliegt wie ein Berserker. Ich habe ihn noch nicht einmal getroffen. Mein Ernst, ich brauche einen anderen Schrei. Tierfreundschaft, genau. Der fliegt so schnell, dass ich ihn nicht richtig anvisieren kann. Ich kriege ihn nicht anvisiert. So, ich habe ihn markiert. Oh, noch ein Schrei. Die eine steht nur dumm im Wasser rumgemacht. Nichts mehr. Hör auf zu stocken, du Wichser. So, komm her, du bescheuerst. Er ist Mistviech mit dem roten Kopf. Hör auf, Rückenkreise zu machen. So, komm her, du bescheuert. Nee, die ist jetzt nicht wirklich gestorben, oder? Alter, du dämliche Dunsttrumpfe, du bist doch wahnsinnig Die läuft vor meiner Flinte Oh, das glaube ich ja wohl nicht Muss ich den Drachen jetzt wieder machen? Ey, ganz ehrlich Die wird jetzt gefeuert Habe ich jetzt nicht ges... Wieso rechnet das jetzt auf einmal? Oh, nö, ne? Alter Das Ganze geht mir gerade voll auf den Keks, ey Wo bin ich denn jetzt nur wieder? Habe ich jetzt mein Inventar leer? Ja, habe ich So, jetzt springe ich nochmal dahin So, ohne Scheiß Die wird... Jetzt habe ich Nebel Ey, willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Gerade eben hat die schöne freie Sicht Da gib mir die doch mal wieder Mann Ey, jetzt habe ich Regen Ey, das Ganze ist doch eine Hohenlose Kackhaufen Scheiße Oh Mann, ey Ja, Abkürzung darf man auch nicht nehmen Scheißkall Was soll denn mit Rücken sehen? Ich habe Drachen gesehen, du Wichser So So Schön, dass er sich wieder ins Wasser Kommt dann später einfach mal zurück Um sich dann von mir grillen zu lassen Oh, jetzt darf ich... Du könntest dich nicht wechseln, wenn du einen einsetzt Halt deinen Maul Warum kann der jetzt auf einmal Feuer? Warum ist das ein Blutdraher auf einmal? Warum macht er auf einmal mehr Schaden, als er soll? Super, jetzt darf ich mich heilen Er hat gerade gestampft Was war denn das gerade? Wo ist diese Tussi hin? Wahrscheinlich irgendwo da hinten, wo das Feuer brennt So abartig, wie der fliegt, ey Es ist doch nicht normal Ey, dann hole ich lieber so vier wieder Die labert zwar immer zwischendurch durch die Scheiße in den Bodenslose Und spricht immer ein Wort Aber die stirbt nicht einfach so und läuft die vor Flinten Bloß nicht Bloß nicht in ihre Richtung schreien Die könnt ja umfallen Die könnt ja sterben Ey, selten so einen scheiß Begleiter gesehen Super, mein Feuer reicht nicht in die Richtung Super, es darf ihn wieder heilen Der andere war nicht so schlimm Ich habe das Gefühl, Todeszeichen wirkt nicht mehr Ich mache es nochmal Alter, noch weiter weg Bist du des Wahnsinns, so weit wegzugehen, du scheiß Drache Bleib hier Hier spielt die Musik Ich bin hier, nicht da hinten 20.000 Kilometer muss man jetzt laufen, nur um den Drachen zu killen Was ist denn das für ein Kackspiel? Nö, nö, nö Komm wieder, wenn du Lust hast Ich renne dir nicht mehr hinterher Super, Schießkunst verbessert War ja auch kein Wunder Und Berg fliegen kann er auch Super Ich wollte mein Todeszeichen erneuern Weil er 20.000 Mal mehr aushält als der andere Drache Wo ist denn mein Eis hin? Oh Mann, zum Kotzen, ey Was soll das jetzt wieder? Jetzt hat er gerade gekillt Jetzt hat er hinten gelandet Ey Das Ganze ist ein scheiß Gebiet Ein scheiß Drache Und ein scheiß System Oh Mann, ey Ich bin noch nicht Ich bin noch nicht der Laufbursche hier Also was? Habe ich jetzt den Regen ausgewählt oder was? Ne Sterb Geh runter und geh sterben Da muss ich jetzt so gehen nochmal So Geh runter Sterben Nicht atmen Sterben Wo ist denn ein Schiedsbeinig oder was? Ah, super Geh doch Sterb Meine Fresse, ey Ist diese scheiß Session kacke Wie sauer So Sterb und bleib liegen Speichern Wo ist Genasa? Die wird jetzt gefeuert Die hat mir sowas von gar nicht geholfen In den letzten paar Minuten Wo ist die nur hin? Weg Ey, noch ein Drache Willst du mich verarschen? Wo rennst du hin? Wir beide sind vom gleichen Schlag Nein, sind wir nicht Ich freue mich, euch kennengelernt zu haben Ja Kannst übrigens jetzt wieder gehen, ne? Hier, trennen sie Warte mal, hast du irgendwas Hast du irgendwas von mir drin? Ne? Gut, dann trennen sie hier unsere Wege Ey, du hast mir das letzte Mal Sonnenscheiß Unnützen Dienst erwiesen Hau bloß ab Und geh mir nicht unter die Augen Schlampe Dann mach ich die Gegner lieber alleine Also das ist jetzt wieder zum Kotzen